Fitnessstudio-Besitzer kennen das Problem. Wenn es Zeit für ein Upgrade ist, was macht man dann mit seinen alten Geräten? Mehrere Second-Hand-Händler suchen? Den Lieferanten der neuen Ausrüstung um Hilfe bitten? Das kann zeitaufwendig sein und es gibt keine Garantie dafür, dass man das beste Angebot bekommt. WeBuyGymEquipment.com ist eine neutrale Ausschreibungsplattform, um den besten Preis für Ihre gebrauchten gewerblichen Fitnessgeräte zu bekommen. Und sie ist absolut kostenlos. Wir arbeiten mit den weltweit führenden Händlern von Fitnessgeräten zusammen, um den Erlös Ihrer alten Geräte zu maximieren. Die Lieferanten der neuen Ausrüstung vertrauen uns. Und der Verkauf könnte nicht einfacher sein als bei uns. Egal ob Sie unsere kostenlose App oder unser intuitives Webportal benutzen. Es ist ein schneller und einfacher Drei-Schritte-Prozess. Geben Sie ein paar Details über Ihren Standort und das Abholdatum ein. Beschreiben Sie, was Sie verkaufen oder laden Sie eine Liste hoch. Machen Sie Fotos und laden Sie hoch. Sie können Ihr Angebot bis zu drei Tage aktiv lassen, bevor Sie über das Höchstgebot informiert werden. Dabei sind Sie nicht zum Verkauf verpflichtet. Sobald wir Ihr Angebot geprüft haben, steht es unserem Netzwerk von Käufern zur Verfügung und es können sofort Gebote abgegeben werden. Sobald Sie den Preis akzeptiert haben, wählen Sie einfach ein Abholdatum und eine Abholzeit. Laden Sie Ihre Rechnung hoch, um so schnell wie möglich bezahlt zu werden. Und wir kümmern uns um den Rest. Und weil wir alles prüfen, bevor es abgeholt wird, können Sie sich beruhigt zurücklehnen. Verkaufen Sie Ihre alten Fitnessgeräte auf die clevere Art und Weise. Verkaufen Sie Ihre Aufmerksamkeit.